Ein Audi A4 steht hier zum Verkauf. Der graue Kombi hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 90.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2005. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Dachrailing, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 163 PS an das Schaltgetriebe. Der angegebene Verbrauch liegt bei 8,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.